Leute und willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video haben ich, Flo und Tiger an einem Abend, beziehungsweise an mehreren Abends, ein bisschen TET gespielt und ich hab euch jetzt einfach mal die witzigsten Szenen daraus zusammengeschnitten. TET ist ein Spielmuss, das sind 12 Spieler in einer Map. Man kann sich dann da so Waffen raussuchen und so. Zwei Detectives und vier Traitor. Die Detectives, die müssen halt schauen, also analysieren, wer sind die Traitor. Und die Traitor müssen alle anderen unauffällig töten oder auffälliger, wenn sie jetzt sterben wollen. Jetzt noch ein paar Innocents und die müssen halt ihre Unschuld beweisen. Ist ganz witzig. Ich hoffe, euch gefällt's. Ich glaube oder ich vermute Astro ich, weil er hat eh betrachtet, wenn man den gekillt hat. Ja, der hat mich angegriffen. Ja, dass du dich nicht gesehen hast. Äh, Finn, wenn du inno bist, dann hilf mir, ich werde von hinten angegriffen, ich bin hinter dir. Warte, ich werde da auch verfol- achso. Das bin ich. Du bist das. Nein. Ich- okay. Was? Ich hab Flo. What the fuck? Ich hab nicht mal geschickt, dass es Flo ist, aber ich hab Flo. Ach come on, Goldie, Alter. Ohne Witz. Was war denn das schon wieder? Gleich mal meine Hose mit deinem T-Shirt, Flo. Haha, nicht überlebt. Ich hab viele Ähnlichkeiten. Einfach der gleiche Stoff. Haha. Die Frage ist, hab ich jetzt ein T-Shirt als Hose, aber du eine Hose als T-Shirt? Hat einfach dein Skin genommen und so farbte Blätter und hat dann einfach meine Hose drauf geballert. Ja, Leo hatte keinen Bock. Was redet ihr jetzt mit Hosen? Haha. Ist egal. Uh. Ach, weil ich. Ja, ich wurde von Finn geklatscht. Du! Haha. Also, das ist heiß. Walf, Finn, Finn, komm mal her. Ah, hier. Merkst du den? Ja, den merk ich. Es ist einfach, als ob du meine Hose an hast. Hä? Warte mal, was? Ich hab deine Hose an, so ne graue und du hast meine blaue an. Gefühlt hätte er einfach nur... Gefühlt hätte er einfach nur unsere Skins gemixt. Ja. Nein! Wie, nein? Du, Astro holt die Materialien, weil er mich in Betrattet gefrankt hat. Dich ich doch fair an. Junge Goldi greift mich einfach an! WTF? Bin ich tot? Ich bin tot? Echt jetzt? Alter, WTF geht jetzt ab, ey? Ohne Witz, gar kein Bock mehr. Jeder verfolgt Flo. Niemand denkt, eine Abkürzung zu dem. Äh, das ist nur zwei Böcke. Loll. Jetzt bin ich tot, super. WTF? Da unten! Wer von denen ich jetzt bin? Ich hab Flo getötet. Du hast mich geklatscht, ja moin. Der mit dem Schreikskin ist inner. Jetzt Flo mir die Schuld geben wollte, dass ich ihn halt zuerst anhitte. Weißt du? Du tust mich ein Detektiv halt anschlagen. Wo ich dann die Schuld geben. Habe ich dich aber einfach nicht nur mit der Haar auf der Haust gehauen, alter? Nee, das war ein Schwertzwing, hab ich es schnell angefangen. Schnell angefangen zu boospammen. Traktor so. Äh, ich werd... Oh, lol. Tot? Geil. Werde ich geküllt? Junge, voll aufgeladen im Fall und dann Eisenschall auf mich gestormt. Den Autor selber hat mich auch. Nice, sind beide tot, lol. Ja, ich kann diesen. Vertraue ich dir jetzt mal. Ah, Hilfe! Hä, warum ist der Deck ein Hurensohn? Ja. Ich verfolge dich schon mal für den Fall, dass ich zu etter bin. Damit ich dich dann sofort hinterrückt von hinten töten kann. Schnell vor dem bösen Goldi. Und, was hab ich gesagt? Es hat sich einfach so angeboten, weil du mich ganz nicht verfolgt hast. Was? Es hat sich einfach so angeboten, weil du mich ganz nicht verfolgt hast. Teleportiere ich mich mal zu dir, Goldi. Ah, da bist du. Ach so, du bist unter mir. Tolle Schicht. LOL. Das hab ich nicht gesehen. Hast du... Uh, die beiden Unschuldigen denken sie Wärchen. Sie denken sie Wärchen. Uh, du hast gewonnen. Das war ganz geil. Ein Trader von uns ist ein Tester gegangen und habe ich meinen Feuerbogen reinschießen können. Astro gefragt, mit welchem Befehl die dich gemacht haben. Oh, lol. Okay. Darauf hab ich halt geantwortet. Ich hatte zwar auch keine Ahnung... Bist du jetzt schon wieder tot? Nein. Warum möchte mich der Detective töten? Ah. Weil... Weil... Ich war Traitor und spring erst mal Iris in die Lava. Weil ich das so in dieses Gespräch vertieft war. Ich hab das gar nicht aufs Gameplay geachtet. Dummheit tut weh. Doch Party an manchen geben. Ach komm! Galt die alles in Ordnung? Ja, im Tester war Massen... Abschlachtung... Und wer überlebt natürlich in Inno den ich jetzt getötet hab. Ah. Ich bin schon feindlich getroffen. Jetzt aber. Ich bin im Zimmer. Ich bin im Zimmer 309. Äh. Wo siehst du das? Hier steht das. Zimmer? Ach komm. Mann. Ich wusste es. Was? Ich hab doch sogar Eichenschwert. Aus. Warum reagiert dich? Ding, wenn ich noch nicht mal... Du weißt schon... Oh Gott. Wir werden schon weiter drehen. Ich will leben. Leben. Halbes. Ich will auch nur leben. Bitte. Wie konntest du mich eigentlich töten? Ich hatte doch sogar... Okay, wahrscheinlich, weil ich wollte dich mit dem Pfeil und Bogen töten und wahrscheinlich konntest du mich dann töten, weil ich dann zu nah war und damit Bogen auf dich gestanden habe. Ja, du hast irgendwie einen Punkt auf mich geschlagen. Das war ein bisschen... Keine Bewegung. Sonst schieß ich. Ich mein's ernst. Wie viele Herzen hast du noch? Also ich bin... Die Traitor. Also Goldi, jetzt werde ich dich aber so weit von töten. Goldi, wo bist du? Juhu, ich wollte dich töten und nun habe ich die Chance dazu. Ist das nicht toll? Ich hab eigentlich gehofft, dass die anderen dann sind, dass du in deinem Haus bist und dich töten. Die mich nun töten? Wollte bitte nicht angreifen, ich bin fast tot. Ja, dann tue ich's auch ganz sicher nicht, oder? Jetzt töten, der Detektiv, weil ich den angeschossen habe. Ja, sie machen's echt. Oder? Hallo? Verbündet mich doch... Verbündet euch doch nicht gegen mich. Shit. Ich muss jetzt... Nein, die Versuche mich zu treffen. Nein, du versuchst mich ja auch zu treffen. Der... Mich hat ein unschuldiger getötet. Ja, weil du auf mich geschossen hast. Sie waren sich nicht sicher, wer von uns beiden der Traitor ist. It's you. Oh Gott. Oh Gott, ich krieg keinen Hit drauf. Juhu, Gott, der Kraft dich tot. Oh nein, bitte nicht, bitte nicht. Nein. Oh Gott, der Detektiv hat es gesehen, er muss auch verschwinden. Oh, das ist geil runter. Nee, bitte nicht. In einem kleinen Raum mit diesem Creeper, geil. Und ich bin in einem AFK-Hern. Junge, ja... Welchen Kills hab ich denn? Was tut denn so etwas? Ja, passiert halt. Doch nicht, doch nicht, doch nicht. AFK. Wow, ich bin eingepfroren rum. Hihi. Ist dir zu schlau, ein Detektiv in einer riesigen Menge anzugreifen? Und wohl schon recht, wenn man Indo ist. Also du Indo bist. Ich bin Indo. Ich wollte ein paar Leute Minus-Karma machen. Oh Mann. Nein, Eikel, ich wollte dich nicht nur nerven und mir war egal, ob die mich dann töten. Jeder töten. Oh. Nein, ist noch am Ende so ein Kim in Spinnennetzen.